Die Designerin kommt aus Bremen und ist Absolventin des Jahres 2010. Sie heißt Caroline Behrens und sie sieht das Thema Revolution modisch, genauso wie unser Minister. Sie sagt, etwas Altes, etwas Veraltetes wird aufgebrochen und etwas Neues kann entstehen und hervorgehen. Und genau das möchte sie uns mit ihren Outfits zeigen. Etwas Neues kombiniert mit etwas Altem. Sie hat ihre Outfits in zwei Teile aufgeteilt und der eine Teil, das Weiße, soll für alt stehen und das Bunte steht für neu. Wie das aussehen kann, bitte schön, Caroline Behrens. Wie das aussehen kann, bitte schön, Caroline Behrens. Wie das aussehen kann, bitte schön. Wie das aussehen kann, bitte schön. Wie das aussehen kann, bitte schön, Caroline Behrens. Wie das aussehen kann, bitte schön, Caroline Behrens. Wie das aussehen kann, bitte schön. Wie das aussehen kann, bitte schön. Musik 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 Musik